Yo, hallo heute, hier ist euer Timo Tennis Gamer und wir spielen mal wieder Blind Let's Play, yo, wie jeden Samstag. Und dieses Spiel, was wir heute spielen, das hab nicht ich mir ausgesucht. Ich bin mal auf eure Wünsche eingegangen, das letzte Mal, weiß ich, wie viele Daumen hoch gehabt. Ich fand das richtig behindert und das Spiel kann man auch eigentlich gar nicht blind spielen. Aber ich hab mir gedacht, nun gut, wenn das sehen wollt, dann probieren wir es mal aus und mein Schal ist auch dabei. Also, jetzt muss ich mich mal kurz wieder hier vermummen, ja, Vermummungsverbot, aber ist mir egal. So, wartet. So, Leute. Aua, 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 aua. Ey, hallo. So. Und, yeah, wir sind fertig. Also, ich würde sagen, wir sehen uns da jetzt gleich im Spiel direkt drin und was das für ein Spiel ist, das seht ihr schon. Tschüss. Yo, hallo Leute, jetzt sind wir dann auch beim Spiel direkt im Spiel und wie ihr seht, ja, es ist Tetris. Wir spielen jetzt Tetris Blind. Wie gesagt, ihr wolltet das haben. Ich kann da nichts für. Dieses Spiel kann man, wie gesagt, meiner Meinung nach nicht blind let's playen. Aber wenn ihr sagt, oh, spiel das doch mal, let's play ja doch mal blind. Dann mach ich halt mal. Also, los geht's. Ich hab hier alles gemacht. Wo ist... Alter, wo ist die Maus? Ah, da ist die Maus. Ich hab nämlich die Maus direkt auf Start gemacht. Wir sind bei TetrisFriends.com. Und damit ich direkt anfange. Und los. Hallo? Hallo? Ey, ich muss noch mal kurz gucken, ob die auf Start ist. Hallo? Maus? Ach da, die war gar nicht auf Start. Scheiße. So, und... Yo, auf geht's. Okay. Ich schaffe das, Leute. Mein Ziel ist einmal, eine Reihe abzubauen. Meint ihr, ich schaffe das? Ich bin mir da nicht so sicher. Gar nicht so. Ich bin mir da nicht so sicher. Was war das? Hab ich's geschafft? Hab ich's geschafft, Leute? Ich weiß es nicht. Ich seh nix. Ich seh ja gar nix, mein Tetris. Ja, ich möchte doch eigentlich gucken, wie geht das Spiel. Ich hab keine Ahnung. Und meine Finger machen scheiße. Yo. Ja, Leute, ich hab keine Ahnung, aber die Musik geht ab. Dam, dam, dam. Da, 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 da. Yo, wir singen gleich Karaoke, Leute. Oh, ich glaub, jetzt gleich hab ich verloren. Jetzt gleich hab ich verloren. Ich hab's so im Gefühl. Ich hab den Turm von Babel bestimmt gebaut. Ich hab's im Gefühl. Gleich hab ich verloren. Das ist nicht gut, Leute. Ich habe gleich verloren. Das ist gar nicht gut. Was soll ich machen? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung mehr. Keine Ahnung, was ich machen soll. Ich weiß es gar nicht so. Okay, Leute. Tetris. Es ist ein Spiel, was Freunde zusammenbringt. Ein Spiel, was man mit verbundenen Augen und zugeklebten Mund spielen kann. Ein Spiel, was man ohne Headset, was man mit Headset spielen kann. Ein Spiel, was man in der Disco spielen kann. Ein Spiel, was man auf dem PC... Verloren. Okay, ich muss mal kurz gucken, weil wir machen noch eine Runde. Einer geht noch. Okay, play again. Hau rein. Und... Wir müssen halt kurz hier gucken, wo... Alter. So. Boah, jetzt geht das wieder nicht. Alter. Doch. Nein. Hallo? Hallo? Oh nein. Ist kaputt? Hallo? Aua. Meine Augen. Aber ich kann nicht sehen. Hallo? Hallo? Hä? Tetris? Lass mich nicht im Stich. Wir müssen es neu laden. Tetris? Tetris? Tetris, nein! Tetris ist gestorben, Leute. Ey, was soll das denn? Jetzt geht doch mal. Hallo? Hallo? Press Escape. Es ist abgestürzt. Toll. Da. Einer Flashplayer-Plugin ist abgestürzt. Nix. Das lebt noch. Jetzt lad die Seite neu. Ja, geht doch. Auf geht's. So schnell geht. Das mach ich wieder neu. Ey, schnürzt das einfach ab. Wack, für ne Scheiße. Ja, Leute. Ihr wolltet dieses Spiel. Ich hatte gedacht, ich mach es nicht, weil es einfach schwachsinnig ist, weil man es gar nicht blind spielen kann. Aber ich hab mir gedacht, ihr fordert Schwachsinn. den bekommt ihr. Weil dieses Blind Let's Play ist wirklich vollkommener Schwachsinn, weil es einfach gar nicht geht. Es ist theoretisch gar nicht möglich, dieses Spiel Blind zu let's playen, weil man nicht nach dem Gehör gehen kann, weil man nicht wissen kann, was kommt. Aber egal, ihr wolltet es haben. Ihr habt da Tetris Blind. Ja, extra für euch, Leute. Habe ich dieses Tetris Blind auf mich genommen. Denn... Aber dafür ist die Musik gerade sehr... Ja, ich glaube, ich spart voll ab. Scheiße. Aua. Aua. Oh nein. Ja, Leute. Ich hab schon wieder verloren und ich werde jetzt hier auch... Es hat einfach keinen Sinn, dieses Spiel zu spielen. Es hat keinen Sinn. Ich kann es einfach nicht. Und ja. Also, Leute. Ich kann es nicht. Und jetzt kommt. Jetzt kommt es. Jetzt kommt es. Wenn ihr der Meinung seid, wenn ihr der Meinung seid, irgendjemand von euch würde das können, ja, dann macht eine Videoantwort. Zeigt mir, wie man blind dieses Spiel spielen kann und eine Reihe abbauen kann, ohne dabei zu verrecken. Ja. Das müsst ihr mir zeigen, weil das glaube ich euch wirklich nicht, dass man das schaffen kann. Also, wenn ihr Bock habt, zeigt es mir. Und, ähm... Ja. In diesem Sinne, Leute, würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es supporten. Wenn nicht, dann leider nicht. Ich bin ja nicht der Sammy so. Hi! Hier ist wieder euer Sammy. Ne? Na, Quatsch. So eine kleine Anspielung. Ja. Okay, Leute. In dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Let's play wieder und dann wieder mit dem Spiel, was man auch wirklich theoretisch schaffen kann. Wo man auch wirklich was erreichen kann. Nicht mal bei Tetre. Was... Oh. Ich hab' mir die Hand weg gemacht. Was man, äh... Theoretisch auch machen kann. Also, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Euer TT-Blinder. So. Ich hab' heute voll die Orientierungsspacks hier. Ah, ne, hab' ich doch nicht. Ja. Tschüss.